So, da bin ich wieder. Rechtzeitig zurück zu Zelda Oricode Ages. Ja, es geht weiter. Jetzt mal sind wir hier stehen geblieben. Ach ja, ich wollte ja das Zeitportal hier nutzen. Äh, gleich wieder vergessen, ey. Das Zeitportal, das wird uns hoffentlich zu einem Herzteil führen. Wir müssen einmal in die Vergangenheit und können ja von der Vergangenheit direkt in die Gegenwart zurückreisen. Lol, das geht jetzt gar nicht lang. Wie cool ist das denn? Hab ich denn hier gelandet? Äh. Super. Ja. Sack. Was haben wir denn da? Hallo, Corona. Schatzsuche ist nicht leicht. Hilfst du mir mit 20 Blutkern und 20 Bomben aus? Wenn ich Glück habe und etwas finde, bekommst du die Hälfte. Okay. Hä? Schwindel mich nicht an. Sino, du hast gar nicht so viel bei dir. Achso. Entschuldigung. Ich doch nicht. Tja. So viel dazu zu der Geschichte. Da kommen wir also wahrscheinlich erst später hin. Na gut. Sendquick weg. Haha. Ja, dann gehts einfach zurück. Dann wollen wir direkt weitermachen. Die Grundspiele warten. Das haben wir hier. Also ich muss ja irgendwie von oben nochmal runterfallen. da ist zum Beispiel eine Treppe. Und... Ah. Ja. 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 Ich weiß wie ich rüberkomme. Dauert aber noch. Das dauert noch. Das dauert noch. Tup, tup, tup. Hallo. Diese Stufen führen zum Fuß des Kugelkamps. Dann gehen wir doch mal dahin. Und schaffen uns mal eine Abkürzung. Wie kannst du denn hier brennen? Welcher Wurmen, kann doch nicht wahr sein. Hallo, Gorone. Die Goronen lieben seit jeher Spiele, das wird sich nie ändern. Solltest du viel Zeit zum Spielen mitbringen? Das mach ich ja sowieso schon. Westlich von hier ist der Goronentanz der letzte Schrei. Nur wenn du gut tanzen kannst, wirst du doch Freunde finden. Ach, du weißt es nicht. hexe, 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 hexe Always like this und wie das 비 Бесс Wесс gest ant Mit Sverige hut und schon wieder das war jetzt nicht wirklich was aber sieht eigentlich ganz schön aus hier heute ein kleiner tipp für die wissen möchten hier drunter wohnt ein komischer iremiten der allerdings nimmt uns geld weg aber wir müssen sie über die tür reparieren und darauf habe ich extrem keinen bock ausgetrocknete wasserfälle ja und hier haben wir den nächsten lang verraten leute das ist ein extrem geiler dann schnell finde ich total cool weil hier muss man einmal der gegenwart was machen und gleichzeitig in der vergangenheit zu zwei dann schießt das heißt dass wir in der vergangenheit machen ändert auch die gegenwart total geil die die hier ist das einzubringen finde ich total cool und erfreut mich jetzt schon darauf hinzumachen bei den fall ich nicht mal geil das war denn hier eine fehlquelle gut zu wissen brauchen wir nicht was aber hier generationen lang saßen meine vorfahren genau hier und im frieden des kugelkampfs zu bewahren hast du ein leidenschaftliches herz vor langer zeit durch eine echte groben brüder hier passieren also gehen denn der familie sitzt der generationen da die farma stüppi tanzer kugelkampen gipfel ich sehe eine bestimmung groben geist offenbart mir alles erstaunlich ich sehe dich fieberhaft tanzen der graziöse grobe tanzt im hinterzimmer ist unglaublich heidora der groben tanz ist in diesen bergen echt das derbste aber ist unser ganz aus dem bruder viel cooler müssen noch viel voll viel lernen nein das müssen wir jetzt auch machen wir müssen tanzen willkommen ich gehöre der fünften generation der graziösen tänzer ist ein tanzer man muss unseren tanz gut beherrschen bevor man grobe genannt wird wirklich gut macht gebe ich dir das bruderzeichen ein versuch kostet zehn ruby tanzen wir ja muss ja ich möchte die regeln erklären ein tanz erklären ja bitte achte auf diese lektion du hörst den rhythmus und es losgeht dann wiederholst du diesen rhythmus es gibt aber zwei arten b ok acht runden ich muss mindestens sechs schaffen ok so ich bin jetzt etwas leise ich muss mich konzentrieren oh gott ich hasse das ist wie ein so brosier ist totaler rummel und diesmal müssen wir es machen was war zu spät am arsch wie war zu spät wie 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 ich wie Mann! Alter du machst auch immer die schwersten. Ja, komm halt das Maul. Ja, mach hin, blöder Penner. Alter! Was?! Oh, Mann! Mann! Oh. Gott, dankeschön. Du bist wirklich nur ein gewühmter Bruder einer Koronen. Bitte schön, das scheiß Bruderzeichen. Du erzählst das Bruderzeichen, du bist auch ein Koronen. Halt die Fresse. Geh weg, du Bruder. Bisschen. Oh, Leute, und das muss ich noch mal machen. Erationen, Hals, Maul. Ruf, das ist ja ein Bruderzeichen. Du kennst also die Leidenschaft eines Koronenherzens. Gewähre dir Einlass. Es mag unverkommen, weil du kannst, will nicht helfen, Bruder. Generationenlang saßen wir vor, von genau hier, wo Friedenskuhl kam, zu dran. Hört, dabei komme ich fast um vor Hunger. Hast du das Essen für mich? Ja, den muss ich füttern. Was hast du? Alles erstaunlich. Ich sehe dich in einem seltsamen Gefährt sitzen und du schießt wild um dich. Aha. Ich hasse dieses Spiel. Ich mag überhaupt diese Tänze, die sind total schlimm. So, jetzt muss ich auch noch... Besonders wenn man das mit Gamepad spielt, ist das auch noch schwieriger. Alter, muss das hier sein. Bombe, ja, ja, bombe, 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 bombe. Oh, nein. Äh, ich suche Muntermacher, gezeichnet Vertreiber des Pompenspaßes. Äh, ja, mir ist nicht nach Spielen zumute. Vor kurzem habe ich Nacht für Nacht durchgearbeitet. Dabei habe ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ach ja. Ich brauche etwas, das mich wieder munter macht. Naja. Ach guck, hier kommt man da hin. Na, da würde ich jetzt aber nicht hin. Ich kann das Weg zurücklaufen, habe keine Lust zu. Was ist denn mal hier? Guck, da liegt auch noch verdauert. Hilfe! Noch mehr Geron, der Pixel passt da nicht. Nein. Oh, ein Fremder hat mich angesprochen. Ich muss hier etwas tolles... Nein, die höre ich nicht zu. Ich will mir nur ein Geheimnis erzählen. Ich muss da oben hin. Wahrscheinlich muss ich hier... Komm, sag. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber okay. Hä? Wie komme ich denn da oben hin? Ich muss doch den blöden Zweig hier bewegen. Ja, der muss doch woanders hin. Also muss ich in die Vergangenheit. Wie komme ich da denn hin? Wie komme ich da denn hin? Wie komme ich da denn hin? Hm. Komisch. Gab es da noch mit? Nein, die gab es auch nichts. Sieg ist mir zurück. Dann muss doch erst die Truhe. Ein Gasha-Kern. Komme ich denn jetzt in die Vergangenheit und... ...dann da hin? Das ist eine gute Frage. Ah ja, von da. Okay. Alles klar. Schon die Lösung gefunden. Denn da unten links war ja auch noch so ein Porter. Da. Da kann ich in die Vergangenheit. Bitte, auf geht's. Das sieht ja auch cool aus hier. Oh, wer sitzt denn da drunter? Das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Komm, du gibst mir doch Geld. Psst, verrate es nicht. Wow, nice one. Okay, in der Vergangenheit gibt er uns Geld. In der Gegenwart würde er uns... ...Geld wegnehmen. Ist ja das auch noch ein Böhrone da oben. Der Geronentanz drückt die Leidenschaft ins böhronischen Herzens aus. Eines Tages werde auch ich ihn beherrschen. Ich bin in der Bestimmung, Geronentanz. Meine Güte, ich sehe dich in der ferner Zukunft. Wird sein seltsam Gefährt. Ah ja. Der Geronentanz ist voll cool. Den mache ich in Subrosia zum großen Brüller. Die graziöse Gowrone ist der Hammer. Ich will die graziöse Subrosianerin werden. Wir sind diese Kapuzenträger. Sie wollten einfach alles über den Geronentanz wissen. Loy, Subrosianer. Das Tanz war riesen Spaß. Es gibt dem Leben Bedeutung. Willkommen, ich gehöre der allerersten Generation der graziösen Tänzer an. Hier ist unser Tanzer. Der Geronentanz ist schwer in Mode bei allen trendbewussten Geronen. Wahnsinn. Möchtest du tanzen? Nur 20 Rubine. Soll ich ihn dir erklären? Machen wir mal. Wer hat sich was geändert? Müsst du nicht, oder? Das ist B. Das ist A. Okay. Was stand da? Ein Fehler? Aber nicht verstanden. Egal. Wir machen mal. Welche willst du? Achso. Platin? Wir haben noch Platin. Platin? Achte nicht auf deinen Stil, sondern nur Rhythmus selbst. Oder ist das gar nicht zwingend hier? Naja, wir gucken mal. B. 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 W. W. B. B. Was? 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 Wo war ich denn? Was? Was? Okay, leckt mich. Leckt mich schnell weg. Also, das kann gar nicht... Nein, kein Neuversuch. Das kann gar nicht sein. Also, ich glaube nicht, dass wir hier dann... Also, das ist ja wohl eine Frechheit.